Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon Age. Ja, ich habe mir überlegt, da wir ja beim letzten Mal oder bei den letzten Folgen ja nicht so, naja, stark waren gegen den Wiedergänger. War ja relativ schwierig auch und ich habe es auch noch mal privat ein paar Mal versucht gegen ihn zu kämpfen, aber ich habe einfach so das Gefühl, dass unser Skill für diesen Gegner noch nicht ausreicht und dass wir daher etwas anderes jetzt erstmal tun. Erstmal möchte ich mal mit denen sprechen hier, weil wir hatten glaube ich eine Verzauberung und da irgendwas hatten wir gefunden. Können wir mal gucken, ob wir was verzaubern können jetzt. Ich möchte etwas verzaubern lassen. Dann schauen wir doch mal die grüne Klinge. Ach guck mal, wusste ich doch, Flammenruhme des Novizen. Was machen wir denn mal? Was kann die Klinge überhaupt? Hm. Obwohl, wir warten, können wir jetzt nur das verzaubern? Ich guck mal eben. Die grüne Klinge. Ne, für uns ist sie sowieso nichts. Ich muss mal eben, der hat glaube ich eine stärkere Waffe jetzt schon, ja. Sie hat auch einen Zauberstab. Ähm. Da ist die Überlegung, ob sie jetzt auf die Waffe wechselt, aber sie ist schon mit Fall und Bogen soweit geskillt. Ich glaube, ich lasse das erstmal. Ich bewahre mir das mal eben, äh, auch für eine bessere Waffe. Weil anscheinend können wir ja echt nur die verzaubern. Ich versuche es nochmal. Ich will nochmal gucken. Nö, aber wir können tatsächlich nur die grüne Klinge verzaubern. Was ist denn, wenn ich... Moment. Was ist denn, wenn ich seine Klinge jetzt einfach mal ablege? Hier. So. Können wir die jetzt vielleicht verzaubern? Verzauberung? Ja. Verzauberung? Verzauberung. Ne, okay. Geht leider nicht. Na gut. Dann warten wir da glaube ich erstmal. Vielleicht finden wir ja noch was besseres. Oder wir finden einen Mitstreiter oder einen, beziehungsweise einen Gefährten. Der mit zweihändigen Waffen. Oder ne, einhändige ist das glaube ich. Ähm. Langschwert, Haupthand. Okay. Ja, dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen warten. Das machen wir lieber mal. Das hat er ja so. Gut. Dann gucken wir mal, was wir dann sonst noch machen können. Außer jetzt gegen die Wehrwölfe zu kämpfen. Beziehungsweise gegen den Wiedergänger. Gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten. So. Achso, ja. Ich glaube die Gruppe war schon nicht so schlecht zusammengestellt. Aber ich nehme dann doch mal Alistar glaube ich. Oder nehme ich den Hund. Das ist jetzt eine gute Frage. Meinen muss ich auf jeden Fall nehmen. Stan ist ja noch einiges stärker als Alistar. Hmm. Da kommen wir. Ihn nehmen wir auf jeden Fall. Noch eine Magierin war schon ganz gut. Wir können es ja noch mal mit dem Hund versuchen. Und dann. Wo müssen wir denn jetzt noch hin? Außer jetzt hier in den Wald. Nach Denerim. Da wollten wir glaube ich noch hin. Dann könnten wir das ja eigentlich auch als nächstes machen. Dem Schatten ist. Mhm. Den Turm zu erreichen. Okay. Oder wir können nach Redcliffe wieder. Können wir auch machen. Oder ins Frostgipfelgebirge. Ich glaube da waren wir noch nicht. Da sind glaube ich auch die Zwerge. Wenn ich mich da richtig erinnere. Ja komm. Dann lass mal da hingehen. Wahrscheinlich werden wir auf dem Weg wieder angegriffen werden. Gerade auf dem langen Weg. Das wird. Ja war klar. Bin ich mal gespannt was jetzt kommt. Okay. Hörlok Alpha. Genlok. Hörlok Gesandter. Wer war denn noch der Zauberer? War er das? Ich glaube den Gesandten müssen wir erstmal weg machen. Aber das sind zum Glück nicht so viele. Okay. Dann machen wir den noch erstmal weg. Oh. Weil der die anderen heilen kann. Der hat hier jetzt schon so ein Siegel aufgelegt. Oh gegen den Hund hat er aber nicht viel Chance. Der ist ja gleich weg. Der ist schon weg. Okay. Und jetzt den Alpha. Der Hund ist glaube ich gar nicht so schlecht. Ähm. Ja sieht halt nicht noch ganz gut aus eigentlich. Die haben nur Fall und Bogen. Die können sowieso nicht so viel. So. Du machst mal das. Froschaden ist gut. Ähm. Ja. Bin mal drauf. Okay. Warte mal. Oh. Heilen kann sie gerade nicht. Oh. Er auch nicht. Scheiße. Warte mal. Möchte ich einen Heildrang verschwenden oder versuchen wir das so? Ach komm. Wir versuchen das so. Ja gut. Stan ist jetzt weg. Aber ich glaube das schaffen wir trotzdem. Ähm. So. Lebenskraftentzug. Der müsste auch weg sein. Perfekt. Du kannst schon mal auf den gehen. Und ihr geht beide mal auf den hier. Zack. Oh. Meiner ist auch gleich weg. Aber ich glaube. Warte mal. Heilen müsste ich doch jetzt können oder? Ja komm. Heil mich mal. Jawoll. Und der Hund. Da unten macht auch ganz gut Schaden anscheinend. Und kann auch einiges einstecken. So wie es aussieht. So. Sieht alles gut aus. Deswegen müssen wir jetzt keine unnötigen Tränke verschwenden. Auch wenn das jetzt alles ein bisschen an der Grenze ist. Aber das funktioniert super. Und sparen wir nämlich die Tränke. So. Perfekt. Ja das war ja ein leichter Gegner. Dann wollen wir mal sehen. Ob wir auf der weiteren Reise jetzt. Äh. Nicht noch. Auf einen weiteren Gegner treffen. Ich weiß auch nicht was passiert wenn wir hier durchlaufen. Ah jetzt ist es weg. Okay. Schwacher Wundumschlag. Nochmal. Schwache sind immer nicht so. Naja. Wir haben ja genug. Material um Schwache herzustellen. Hatten wir jetzt einen übersehen? Oder hatte einer einfach nichts? Ja kann auch sein. Okay. Weil wir haben doch vier Gegner gehabt. Und drei hatten nur was? Na gut. Dann ist das so. Okay. Weiter geht's. Aber jetzt müssen wir ja so durchkommen. Denke ich mal. Ja. So. Weiter. Weiter. Aber könnte trotzdem passieren dass jetzt nochmal einer kommt. Ne. Glück gehabt. Gebiet freigeschaltet. Foskel für Gebirge. Ja. Das war's für den Zwergen. Da sieht man hier auch schon überall so ein paar Statuen und. Will ich mal gucken was da so abgeht. Und ob da überhaupt noch was abgeht. Nicht dass das hier so wie ein Moria ist. Sollte kein Problem sein. Dann wäre da nämlich nicht sehr viel los. Ist gerade ein bisschen ruhig. Könnte aber auch die Ruhe vor dem Sturm sein. Aber da sind doch welche. Ich wollte gar nicht die Taste drücken. So. Kopfgeldjäger. Was wollen wir denn Kopfgeldjäger? Achso. Auf uns ist ja ein Kopfgeld. Immer wieder ausgesetzt. Ja. Ich bin schon tot. Okay. Äh. Also meiner war noch ausgewählt. Deswegen. Ich habe mich gerade gewundert, warum die schon keinen Mahler mehr hat, oder? Äh. So. Alter. Die hauen aber auch richtig rein. Äh. Heilung. Heilung. Oh scheiße. Ah. Wir müssen uns echt mal Wundumstege kaufen. Ich glaube weil die alle eingeschlagen sind. Da sind die auch so schnell kaputt. Das habe ich ja schon wieder vergessen. Oh. Was war das denn? Äh. Okay. Ist das ein Zauberer, oder? Ja. Jetzt muss Hassel das richten, oder? Dann Hassel ist gleich auch weg. Äh. Okay. Das war's. Verdammt. Och nö. So. Wo nochmal? Hm. Wie gehen wir da jetzt denn mal ran? Er ist aber nicht verletzt. Hilflosen müssen nicht um das Bitten. Nö. Die sind eigentlich alle, alle ganz gut drauf. Okay. Dann muss ich das jetzt mal ein bisschen anders machen wohl. So wie es aussieht. Oder ist die Rüstung so schlecht von Stan? Das war ja auch. Ne. Meiner war so schnell weg. Aber Stan war auch relativ schnell weg. Minus 4 Angriff. Auch wegen der Augenverletzung. Okay. Verlangsamung. Das ist wegen der Erschöpfung, wegen der Rüstung wahrscheinlich. Hast du halt keine Rüstung an? Ja, passt das ja auch. Hm. Sind eigentlich alle ganz gut dabei. Oder wir müssen uns alle mal ein paar bessere Rüstung kaufen. Weil die Gegner werden ja auch immer ein bisschen stärker. So. Dann geht Stan mal vor vielleicht. Oder ihr greift schon mal aus der Ferne an hier. Äh, naja. Ich will nur ihn auswählen. Ach, von hier aus keiner nicht? Ach, die können von hier aus gar nicht. Was ist das denn für ein bisschen? Wieso geht das nicht? Okay. Das ist ja ein bisschen blöde. So, komm. Wer war das? Das ist auch ein Zauberer irgendwo. Wo ist dieser scheiß Zauberer? Ich hasse ja immer diese Zauberer. Den habe ich doch eben gar nicht gesehen. Der hier. Okay. Oh, meiner ist schon wieder weg. Der braucht aber nicht viele Treffer, ey. Alter. Was ist das für ein scheiß Zauberer? Stan, komm. Oh, das ist nicht schnell genug. Ja, super. Das war es doch schon wieder. Der haut Dinger raus. Okay. Jetzt wissen wir aber, dass er ein Zauberer ist. Da muss ich nächstes Mal vielleicht mehr drauf achten. Verdammt. Verdammt sind die stark, ey. Ja, super. Dann müssen wir die ja erstmal fertig machen. Oder den. Nochmal. Ich würde es doch mal schaffen, ohne zu sterben. Mensch, das kann doch nicht sein. Dass wir hier alle paar Meter sterben müssen, ey. Und meiner ist ja mal sofort weg. Vor allem, dass wir die nicht von hier aus schon angreifen können. Das finde ich ein bisschen fies. So, komm. Sag. So, Moment. Und jetzt. Meiner darf nicht sterben, ey. Ja, komm. Und jetzt heilt meinen. So. Und die gehen alle auf mich. Das ist auch scheiße. Ja, danke. Die sind alle auf mich gegangen. Wie soll ich da denn eine Chance haben? Geistschlag. Die sind alle benommen. Okay, alle betäubt. Außer der hier. Okay, der ist nicht so wichtig. Das sieht doch schon besser aus. Oh, immer dieses Crawling. Stan. Du nimmst jetzt mal einen. Haben wir keine normalen Wundumschläge? Wieso sind die da nicht drin? Nimm dir einen Wundumschlag. Oh, Stan. Stan. Oh, nein. Stan ist betäubt. Was geht da schon wieder super los? Heilt Stan doch mal. Stan. Nimm Stagen. So, nimm Stagen. Es ist alles egal. Äh. Nein, Stan ist weg. Ja, super. Wie kann denn das so schnell gehen? Diesmal waren wir noch echt gut dabei. Äh. Benommen machen. Okay. Heilen wir eben. Hast du? Wird ja keiner jetzt nichts nehmen, oder? Glaube ich zumindest nicht. So, jetzt haben wir noch zwei. Der schießt, glaube ich, eh noch mit Pfeilbogen. Und der scheint ziemlich starker zu sein. Oh, kann der was nehmen? Warte mal. Zack. Doch, kann er anscheinend doch. Ob ich das hier reinziehen kann. Äh. Der nimmt geht jetzt mal in Stagen. Ist egal, so. Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Und du nimmst mal einen Lirium-Trank. Schrecken. Aber ich würde den Geistschlag hier gerne nochmal machen. Oh, wenn wir keine richtigen Sachen haben hier, dann richten wir nicht viel aus. Nein, hast du's weg. Och, nö. Jetzt müssen wir den Geistschlag wiederkriegen. Wir müssen uns da irgendwie... Zack, eingefroren. Nimm runter den Schlag. So. Ähm. Wir haben gleich wieder den Geistschlag. Oh, nein. Nein. Ja, toll. Jetzt sind die Hände noch betäubt, aber... Das hat uns auch nicht mehr viel geholfen. Verdammt. Aber diesmal war es auf jeden Fall schon viel besser. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.